Diesen Bericht präsentiert euch Autohaus Strasser in Sankt Gertraudi mit den Modellen von VW Seat Cupra. Strasser das Autohaus in Sankt Gertraudi. Nicht nur Verbrennermotoren werden hier präsentiert, sondern auch vollelektronische Fahrzeuge. Und der Martin steht jetzt vor dem neuen ID.7 und vor dem Skoda Enyaq Coupé RS. Und wir lassen uns mal erklären, was für ein Fahrzeug ist der neue ID.7. Genau, ID.7, das neueste Produkt oder Auto Elektro, was auf dem Marken ist. Größenordnung wie Passat bzw. Kombi. Hat die 77 kW Batterie, also Reichweite über 500 und gibt es zurzeit im Heck. Gibt es auch in Zukunft einen Allrad? Genau, sollte kommen, nur wissen wir noch nicht wann. Lassen wir uns überraschen, bis zum Winter hin wird es funktionieren und daneben der Skoda, der RS, der giftgrüne. Was ist das für ein Modell? Das ist der Enyaq Coupé RS, auch vollelektrisch, auch mit 77 kW Batterie. Das ist ein Allradantrieb und hat auch um die 500 km Reichweite. Zwei Fahrzeuge, die wir euch präsentieren hier vom Strasser das Autohaus in der nächsten Folge. Martin, danke vielmals und wir freuen uns schon auf die Probefahrt mit diesen zwei wunderschönen Fahrzeugen. Danke. Danke. Diesen Bericht präsentierte euch Autohaus Strasser in St. Getraudy mit den Modellen von VW, Seat und Cupra. und Leberg, zwischen den Améric.' und Leberg, zwischen den Begrüdern von VW, Seat und Cupra. Und Leberg, zwischen den Bürgern von Dezinfarkt und den Verenigern von Töchern.